Hallihallo und jetzt Willkommen zurück zu Let's Play State of Decay Die ist langsam müde, wir wechseln mal Die sind ja alle nicht so Also die hier ist mittlerweile super Kämpfen, schießen Aber Fitness dürfte jemand noch Und die ist voll mit Fitness Äh, wie nehmen wir denn? Ja, lass uns mal jemanden nehmen, der nicht so Gutes Wechseln zu Beschäftigt, okay Auch auf Mission Du bist zu Hause, ich erinnere mich, dass du auch eine richtige Weife warst Zombie-Jagd Nee, auch nicht Ich will Überlebenden finden Wie ging das denn? Fahnen wir mal zu dem Versorgungsabwurf und holen uns einfach ein paar Ressourcen Ich erinnere mich, dass da ein Auto gut war Ah, weil da viele Zombies waren Äh, immer noch das Beste an dem Spiel Direkt nach den Rucklern beim Autofahren Ah, jetzt muss ich gleich niesen Ah, Entschuldigung Ganz furchtbar, wenn sich das so ankündigt Und dann aber trotzdem ewig dauert So, das Flugzeug haben wir auch schon alles Der Stein war ein Problem Okay Weiß ich Bescheid I need a breather Ich bin ein Problem 1 1 2 4 Alpha 5 1 1 2 5 Alpha 5 So So Auf Auf Monition Ich habe ihm sein Inventar nicht ausgeleert. Das Tier ist gleich auch nichts mehr frei. Warte mal, wir können ja sowas anziehen. So, jetzt können wir hier das so machen und das letzte hier einsammeln. Ähm, kann ich eins davon einfach gleich benutzen. Okay, bin schön wieder weg hier. Und mein Weg nach Hause quasi. Versorgungsablauf haben wir geschafft. Sehr gut. Dann wäre der auch mal weg. Kann man hier eigentlich durchfahren? Ähm, hallo? Oh, zu scheiße. Nicht da reinfahren. Also das Spiel ist manchmal echt unglaublich. Aber ich meine, an meinem Rechner liegt es nicht. Da bin ich mir sehr sicher. Das ist schon die herausragende Umsetzung von dem Ganzen. Ja, das heißt Kompatibilität. Genau. Kompatibilität könnte es natürlich sein. Ja, das heißt Kompatibilität könnte es natürlich sein. immer und das Auto sich jetzt gerade nicht selber leert. So, dann zweite Nahkampfhafel lassen wir ja eingehen, weil die erst ja doch irgendwie immer recht schnell bricht. Aber dass die immer so viel da einstecken, ist unglaublich. Ja, es ist schön, dass ich überlastet bin. Ich trage es ja auch nur schnell rein. Da darf man schon mal überlastet sein. Da, was haben wir da? Kaliber 22. Alles klar. Ich glaube, der ist einfach immer überlastet. Dann gern mal mehr zu tragen. Los mit dir. Gibt's ja nicht. Da waren es nicht immer Missionen, wenn ich jemand Neuen retten konnte. Ich bin nicht einfach rumgefahren. Habt ihr gesehen? Die Bevölkerung nur noch 10. gehen. Vermisst. Jetzt kann man ohne. Gab's auch gleich. So, nun retten wir den mal, hm? Weiß nicht, bleib jetzt erstmal bei dem. Ich finde den ganz praktisch. Also, bei dem Auto. Den Kerl finde ich eigentlich nicht so praktisch, aber naja, der will ja auch ein bisschen trainiert werden. Hallo? Hallo? Ich bin wieder bei dem Auto. Was? Was passiert? Ähm... Das sch... Sie lässt nicht mehr zursti. Okay. Ja, consider this one searched, aber muss ja noch irgendwas zum Durchsuchen geben Dann wird es bestimmt auch wieder nur Essen geben So, hier gibt es bestimmt Waffen, schätze ich mal Das schaut aus wie ein Naja, Waffenschrank eigentlich nicht, oder? Aktenschrank vielleicht eher Ja, ich wollte gerade sagen Das ist eine gute Ansicht zu dem Thema Ich weiß nicht, dass mit dem Schnelldurchsichten das klappt irgendwie immer nicht Fragte und es hat geklappt Alle anderen legen sie besser weg Ich werde auf dem anderen Flussufer nachsehen Was diese Arme-Schweine wissen Wenn ich am Donnerstag nicht zurück bin, könnte ich davon ausgehen Dass ich von Gehirnlosener Regierung indoktriniert wurde Und besser erschossen werde sollte, wenn ich auftaue nicht im Gehirnlos noch normaler du klingst wie der krasseste typ überhaupt mehr angst gemacht das ist gut, nicht wahr? ich meine, es tut mir nicht gut Also hier ist er auch nicht. Warum auch immer der behauptet, es wäre noch nicht alles durchsucht. Aber wahrscheinlich hier unten die Räume noch nicht, ne? Oh, wo ist der denn? Ja, Hallöchen. Ja, ich merke schon, die anderen sind allein. Ja, die anderen sind ja alle so gar nicht überlebensfähig. Dimpf du mal nicht. Ja, lass den Zombie-Zombie sein und komm mit mir mit. Oh, ich kann nicht mehr abseitenstechen. Ne, 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 ne. Ey, ne, ne, ne. So, immer heim hier. Oh, mittlerweile haben wir hier auch ganz schön viel durchsucht. Brahl und alles ist super. Äh, hab ich da jetzt mal irgendwas ins Auto gepackt? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Glaube nicht. Keine Lust auf so ne Zombie-Jagd. Ich will doch nur einen Überlebenden finden. Irgendwo? Unsere ganzen Außenposten hier. Dann wären wir jetzt aber mit einem anderen Charakter. Und ich denke, der da. Achso, die ist nicht zu Hause. Dann mit der da. Ich glaube, die war sogar früher bei der Armee oder so. Der ist erlaubt, was du dabei hast. Ähm, zur Armee fahren. Nehmen wir unseren kaputten Sportwagen. Zweifeln nämlich, dass wir viel mitnehmen müssen. Sondern ich will lieber zackig da sein. Bei dem wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn er kaputt geht. Schaut er furchtbar aus. Und er fährt sich auch furchtbar. Vor allem im Gegensatz zu dem SUV, der dich so schön gefahren hat. leise. Sorry. Ey, dieses Auto will ich so gar nicht. Upa. Ähm. Da geht's nur zu Fuß weiter. Okay, es braucht wieder mal jemand eine Ansprache. Aber wir wollen erst mal mit ihm reden. Dieser Pass ist der einzige Weg aus der Valle und die Armee will sicherlich nicht, dass wir uns irgendwann bald wieder verlassen. Also warum nicht wir es einfach nicht verlassen haben? Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite dieser Pass ist. Wir brauchen Essen, Medizin, Transport. Du weißt, das usual. So what? Wir teilen es? Ah, no way we can tear down this barricade by hand. Zed's would have us for breakfast before we made it ten feet. Can we blast our way through? What? I'm thinking outside the box. No, I like it. It's got a certain devil-may-care panache. So, what's the plan? I guess we need to find some explosives. Big ones. What about the other survivors? We can't just abandon them and hope they figure out the problem with the water. You're right. Start calling to everyone we know. Tell them to get ready to move. We're all getting out of here. Okay, exit-strategie. Wir brauchen Sprengstoff. Die mir erscheint. Ich kann ein bisschen Essen benutzen. Ich bin ein Armee-Wagen. Hallo? Panzert. Was der Hammer. hat er bestimmt viele fläche dann zu transportieren wir gehen wir gehen wir gehen wir gehen wir haben zombrechen hinter uns das auto ist ja geil ich sehe so bitte sehr gar kein Problem nö, da helfen wir jetzt nicht oh fangen wir uns gar nicht erst an hier mein gott also neue gebiete laden in dem spiel ist ja der hammer neue gebiete laden in dem spiel ist ja der hammer das sind irgendwie alles essensdinger vielleicht am liebsten was mit baumaterial probieren wir es mal hier oh ist das angenehm wenn die so schnell untersuchen können ich hab's denn eigentlich aus in der basis naja munition wäre ich auch so viel irgendwie schaut alles grad gar nicht schlecht aus machen wir mal den aussichtspunkt vielleicht muss man sowas öfters machen damit ähm ja ich bin ganz am überlegen was wir machen die ein wie wir w w wir da sind hier alles haus 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 ja was denkst du denn um um we might have a problem here what's up we've been looking through some of the records the army left behind looks like before the main force pulled out a bunch of soldiers got sick sounds like the same thing alan and pastor will had anyway they ran out of room in their infirmary so they started putting the sick anywhere they can find room including a certain warehouse the warehouse i'm heading to right now yeah that place is gonna be lousy with zombies i actually had hope okay dann fahren wir mal zu dem bahnhaus warum nicht mit dem glück können wir da auch ein paar sachen gleich einsammeln warum nicht zwei fliegen mit einer also mal so ein putze der sich mit denen Autos auskennt wäre echt mal eine gelungene abwechslung damit man das operieren kann aber dann muss ich vielleicht noch mal nachlesen wie das geht mit denen wie man überlebende finden kann auf den kolosser hab ich ja gar keine lust noch zu scheiße ah wie ist das das ist wie geht es wie geht es wie geht es ich gehe es ich gehe es vielleicht wir 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 Was ist das, was ich? Watch behind me. Oh, wow, this is gone for bad to fuck. Dude, help now, please! Come on! Jet, back me up! Finish it up! Well, this is gone for bad to fuck. Well, this is gone for bad to fuck. Mayday! Mayday! Do help now, please! Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll be ready. You got him! There are really many zombies. We haven't been there yet. Let's go. If you want to fight, it's already going. Keep your eye on our right. We got zombies in coming. 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 Remember the zombies in coming. They are coming. Let's go. To the enemy. I'll be collecting them. You know, I'll probably download my car. I'll be sending him out of the way. Geh durch oder geh um. Der Zombie ist vor. Geh durch oder geh um. Geh durch. Geh durch. Wir haben Zombie. Ah, Punderva Roger that. I'll take care of these. You go make sure you and your people are all stocked up and ready to blow this shitsand. Okay. kann man hier raus hier sagen hoffentlich kümmert ihr euch um die da draußen auch noch ist man für mich allein so ein heli wäre witzig also ein paar sachen wollen wir hier schon noch mitnehmen so tyson i'm bringing this stuff home roger that we'll be waiting nah 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 Ah! So, wollen wir heimfahren, aber das machen wir erst im nächsten Park. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.